Also die Legende muss man wirklich mal gehört haben. Das Fass war vermutlich nicht so gut am Rund. Das ist zu viel. Ich fürchte es. Bist du jetzt wie mir, ne? Nix! Sein ganzes Leben ist eigentlich ein einziger Witz. Ich fürchte es. Den kann meinem Kollegen nur zustimmen. Ein gegantischer Sauhaufen. Das war geil. Wieso, was ist denn da jetzt? Nix! Ohne Dein! Dem? Ne. Das ist das Witzige, das habe ich in England abgestrahlt. Wer ist das? Nein. Feta Paprika. Feta Paprika. Feta Paprika. Ja, wieso ist er doch... Was? So unkomfortabel. Das ist unglaublich. You take your plane, you're late. Hey, irgendwie geht mein Teil immer kaputt. Nix! Ohne Dein! Dem? Ne. Ja, wieso ist er doch... Scheiße, das tut schwer. Die Busse brauchen ewig, um bis zum Mobbahnhof zu kommen. Gigantischer Sauhaufen. So unkomfortabel. Das ist unglaublich. So unkomfortabel. Wirst du jetzt wie Menach? Sofern er uns jemals findet. Hoorhaft! Ja, hier kann man ganz gut chillen. Sehr, ich kann meinem Kollegen nur zustimmen. Dicke was invented, to stop the Irish from conquering the world. Gagantischer Sauhaufen. Ja, wieso? Nix! Ich kann meinem Kollegen nur zustimmen. Das war geil! Das war geil! Wie jetzt kommt mein Cola Legier, ich bin hier in der Luft, dass leckere Paktion gemacht wird? Das war geil! Das war geil! Vielen Dank.